Ich habe studiert und habe sehr schnell erkannt, je mehr man studiert hat, desto schwieriger wird es. Ich habe auch Volksschule besucht und meine Firma führe ich mit dem, was ich in der Volksschule gelernt habe. In der Volksschule war 1 und 1,2 und je mehr sie studiert haben, sagt man, ja es könnte ja auch 3 sein.